So, dann machen wir mal weiter hier mit der munteren Baumfällerei. Die kleinen Dinge können wir jetzt auch fällen. Cut down. Weißt du nicht, warum ich das vorher nicht konnte, aber naja. Wird jetzt auch so ein Baumstumpf draußen? Nö, der ist einfach nur weg. Na toll. Äh, Building Lock. So, dann kann ich wieder zurückrennen. Open. Don't open that door. So, du hast gesagt, es sind von den Dingern und waren die Bretter, brauchst du eine Menge, ne? 40 oder so, weiß ich gar nicht. Warte, warte, sag die. 20, 20 Boards und 10 Building Locks. Okay, das heißt noch 4 Building Locks und dann heißt es an die Boards. So, ich bin jetzt da und das Level, was ich brauch, war ja 60, jetzt bin ich bei Level 52. You failed. Kann man auch irgendwie sein Inventar vergrößern oder machen, dass du mehr tragen kannst? Ich glaube, du kannst dann irgendwann mal Tassen korpsen und so was. Okay. Glaube ich. Wird dann, dass es schon wieder dunkel wird? Nee, bei mir ist hier strahlender Sonnenschein. Vielleicht bist du zu weit in den Wald drin her. Da geht doch schon der Mond wieder auf. Ja, die Sonne geht schon wieder unter, hinter den Bergen. Echt? Oder geht sie auf? Wie geht sie auf? Na gut, okay. Schade eigentlich. Ist das so ein kurzer Tachtnacht-Zyklus? Jetzt bin ich eventuell, ich weiß nicht, ob das jetzt hell wird oder ob es gerade dunkel wird. Natürlich, dass die Sonne jetzt aufgeht. Nee, die Sonne geht auf, cool. Und die geht jetzt erst auf? Oder? Jetzt geht der Schatten runter. Nee, jetzt geht sie unter. Ja, was denn jetzt? Sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, lassen wir uns überraschen, was passiert. Ja, jetzt sind wir ganz schlecht werken. Genau. Also, wir können dann um Kisten kraften und sowas. Aber zum Kisten kraften brauchen wir eine Mine. Eine Kiste zu kraften brauchen wir eine Mine, okay. Ja, weil wir Nägel brauchen. Achso, okay. Und Nägel werden aus Eisen gemacht. Ja, die Sonne geht unter. Geht unter, ja. Scheiße. Ja, stimmt. Ich geh mir mal schnell was zu trinken holen. Ja. Ich bin wieder da. Ich glaube, ich habe jetzt eine Skill freigeschaltet, wo ich aus Baumstämmen auch Pfeile craften kann. So ein Scheiß. Echt? So, ich habe auf jeden Fall das 11 von diesen Baumstämmen. Das heißt, ich müsste jetzt die Boards mücken. Wo war denn der Baumstamm? Irgendwo hier vorn da. So, jetzt gucke ich mal. Ja, da muss ich das bestimmt irgendwie anders machen. Da brauche ich bestimmt ein anderes Instrument für. Das kann sein, aber das sagt er dir ja immer, den was du brauchst. Oder den was du brauchst. Und da muss ich es nicht mehr, Ja cool, ich kriege auf jeden Fall aus einem Baumstamm mehrere Bretter, das ist schon mal gut. Okay. Bei jedem zweiten Mal sagt er, ja, du hast versagt, bla bla bla. Aber egal. Die geht doch auf, die Sonne. Ja, was denn jetzt? Auf oder unter? Doch, die, ach so, die wandert jetzt so, äh, klar, die wandert so lang, das ist schlimm. So, zehn Bretter habe ich jetzt im Inventar. Gut, aus einem Baum stamm schon zehn Bretter, wo ich vorher schon ein Building-Dings daraus gebaut habe. Ja, Master Carpenter. Ja, jetzt bin ich überladen. Elf Bretter sind zwölf Bretter insgesamt. Sehr gut. Das heißt, hä, die sehen ja anders aus wie die. Okay, jetzt habe ich das Level 60. Jetzt kann ich, müsste ich eigentlich ein Haus bauen können. Opa, okay. Vargen? Ja. Blötsch. 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 Nö. Blötsch. so da war der hat wort auch weg immer direkt in den nächsten cut down ich sehe bloß noch die bäume die bäume umkippen die hat für die Kasse er ist auch immer aus dem Boden getreten 8 was kannst du nicht woanders Bäume fällen da wurde es nicht so scheiße aussieht sie doch kacke aus mit dem Baumstumpf hier ach da kann man uns schon noch was einfallen lassen die Katze auch glaube ich irgendwann weg machen wo sind die Säckeln ich wollte schon sagen mach mich ich irre ach so immer wenn du wieder was neu drin legst muss ich 2 Minuten warten ach so ja ich habe jetzt auf jeden Fall 20 Bretter da drin und von den was baue ich ein Tinnyshek oder ein Plaster Tinnyshek warte mal muss ich mal gucken so ich muss auf jeden Fall hier die Äste hochskillen mehr Äste was bauen wir ein Tinnyshek oder Plaster Tinnyshek also der Tinnyshek ist da für das Holz äh machen wir das jetzt haben wir das Material da ich baue mal den Tinnyshek das ist ein Apfelbaum warum sieht denn der anders aus wie die anderen ein Tinnyshek wenn du dir einen Kloppen musst du mach das woanders mal guck mal wie weit aus sollt wie groß der ist das sind die Taktion die Taktion die Taktion so okay dann werde ich mir mal hier so ein bisschen wird okay bist du rausgeflogen ne ich drinne drinne okay weil du mir jetzt angezeigt wirst dass du jetzt gerade das Spiel schaltest ne äh du musst mir die die Loks die musst du mir äh anders stacken also in 2er Stacks sonst kann ich die nicht tragen die zu schwer sind denn wie kann ich denn die auseinander ziehen äh warte mal äh äh shift und dann rauf klicken jetzt sind die die Ecke oder nur ein 2er Stacks sonst ist es mir zu schwer ist ja nicht was ich hier brauch alle so 20 Bretter und die 10 Building Nocks dann muss ich das bei den Brettern wahrscheinlich auch machen da brauchen wir ja 8er Sticks müssen reichen ja 8er Sticks geht so haben wir das ganze mal auseinander gezockert wieder am fressen oder nein natürlich Bäumefälle ist anstrengend wo war ich dran erste pflücken genau oh 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 bon get a branch get a branch branch marking Ehm, Ehm, Ehm. Acht Zehn Und noch zwölf Bretter Na krass, das kann jetzt dauern Das auf über Level 60 zu bringen Das wird jetzt richtig dauern Was machst du jetzt? Ja hier Äste abziehen und so'n Scheiß Wieso was levelst du denn jetzt? Hier dort äh Forestry Da bist du noch ja nicht bei Level 60 Doch da bin ich, aber ich will das jetzt auf über Level 60 springen Ach so, okay Äh, ich glaube mit Specktrees kannst du mehr machen Oder Gässers Brauts Musst du mal gucken, was hier Punkte gibt Wisst du, was ich mein? Mhm Willst du mir zugucken, wie ich Chaos baue? Ja, warte Ja, ich guck so halb darüber Zimmerman Ja, ich guck mal Ja, ich guck mal Okay Ohne Was ist das? Warte 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 keine Ahnung Lein 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 Guck mal guck mal guck mal guck mal just an aus hier guck mal hier kann es rein Cool oder? Ich finde das krass Mein erstes Haus, also ich habe noch nie ein Haus gebaut also hier im Spiel also auch so noch nicht Wird das cool. Gefällt mir. Dixit-Haus, oder? Ja, würde ich sagen. Construct of Funitur. Goll, ich kann ein Bett herstellen. Ich kann einfach so ein Bett herstellen, wollt ihr mich verarschen? Das würde ich sehen. Soll ich dir auch ein Haus bauen? Ja, mach mal. Gut, dann muss ich anfangen zu schlappen wieder. Ich bin jetzt erst mal gespannt. Warte mal. Wo willst du es hinhaben denn? Was ist denn das jetzt hier? Jetzt hast du da ein Kreuz zu stehen. Jetzt kannst du das anklicken und dann kannst du das bauen. Okay. Wie kann ich das Kreuz wieder weg machen? Ja, indem du das Bett dahin baust. Na toll. Du brauchst du doch jetzt hier nicht wettet, oder? Warum denn nicht? So schön unter freiem Himmel. Wo willst du dein Haus hinhaben? Hier so, da wo ich stehe? Ja, mach mal hier so. Hier. Hier hinten habe ich schon angefangen zu flattenen, glaube ich. Mal gucken. Ja, dann gehe ich mal noch ein paar Bäume klatschen. Ja, hier hinten habe ich schon zwei geflattet. Okay, dann mache ich dir dort hier, ja. Uproot. Oh. Ah, ich habe noch eine Schaufel. Bäh. Wir sind abgebrochen. Im Prinzip könntest du eigentlich mir helfen denn. Oh, ich kann nur die Säge oder die Schaufel. Okay. Warte, ich mache mal kurz den Baum schon. Nee, nee, drück mal Tee. Moment. Cool, das geht. Kann ich das echt ausgrammen? Wie geil ist das denn? Dauert zwar, aber das meine ich mal gleich noch. Ja, mach mal. Kann ich jetzt auch Tee drücken? Ja, jetzt kannst du auch Tee drücken. Okay, so. Ja. Dann hast du da so eine Figur, ne? Und dann kannst du, wenn du dein Inventar noch mit aufmachst. Ja. Kannst du denn das andere Werkzeug in die andere Hand nehmen? Nee, die Säge braucht zwei Hände, sehe ich gerade. Achso, okay. Yeah, ich habe den Baumschumpfen weggemacht. Ich bin der Baumschumpf-Eliminator. Was habe ich jetzt im Inventar? Nix, yeah. Ein Haufen nix. Egal, Säge wieder in die Hand. Ich muss Bäume fällen. Oder du sammelst, oder du sammelst weiter Holz. Richtig. Wechs Haus bauen, ne? Wir brauchen ja noch Holz denn für den Hausbau. Aber mach denn nicht allzu viel, weil dann kannst du mir trotzdem helfen. Dann kannst du gleich Terraforming ein bisschen mit üben. Ja? So. Acht Boards haben wir schon. Du musst nie machen. Du kannst es auch nicht trocken. Und dann wird da ein paar Trainingsflops liggen auch. Dann wird das 7-er-n-Jung. Du kannst es nicht trocken. Du kannst es nicht mehr so machen. Du kannst es nach vorne drauf verbracht. Especially in 25 Kilometer, du kannst es dir mit dem Baumschlussonf-Elimin. Dimmst du kannst dich auf den Bauern und hoffen. Ja, dann muss ich den Inventail auch wieder leer machen. The sick, sicken McCricken. Ein Baum, der jetzt gleich einfach umfällt. Ein Baum. Ein Baum. Dass ich immer Escape drücke, ey. Soll ich das, was ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 14 bretter habe ich jetzt 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 25 25 25 26 27 27 27 28 29 27 29 29 29 30 30 30 30 Feldhauptwachstum keine neue Das ist ja super Discard is on fire 16 Ok Brauche ich jetzt nur die Stimme Mein Freund der Baum ist tot Mein Freund der Baum Du kannst nicht mehr nehmen Du kannst nicht mehr nehmen Du bist zu viel Du kannst nicht mehr Maschul Ich hab'n Soundbug Was denn für'n Soundbug? Ihr könntet hier sägen Okay